Herzlich willkommen bei FotoCharlie. Mit unserer kostenlosen Bestellsoftware können Sie ganz einfach Ihre individuellen Fotoprodukte erstellen. Die Software ist in wenigen Schritten installiert. Klicken Sie hierfür einfach rechts oben auf unserer Website auf Jetzt Bestellsoftware kostenlos downloaden. Sie haben nun mehrere Möglichkeiten, die Software downzuloden. Unsere neue Bestellsoftware mit der Version 5.0 finden Sie in der Mitte der Seite. Sie können zwischen der Software für Windows oder der Software für Mac wählen. Klicken Sie hierfür auf den Download-Link. Es öffnet sich nun ein Fenster zum Setup. Klicken Sie auf Datei speichern. Das Setup wird nun heruntergeladen. Öffnen Sie die nun erscheinende Setup-Datei mit einem Doppelklick und klicken Sie danach auf Ausführen. Es öffnet sich nun der Installationsassistent. Folgen Sie den Anweisungen und klicken Sie auf Weiter. Im ersten Fenster gilt es, die allgemeinen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren. Lesen Sie diese aufmerksam durch und klicken Sie, wenn dies zutrifft, auf Ich akzeptiere die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Klicken Sie danach auf Weiter. Im nächsten Schritt gilt es, den Endbenutzer-Lizenzvertrag zu akzeptieren. Lesen Sie auch diesen aufmerksam durch und klicken Sie, wenn dies zutrifft, auf Ich akzeptiere den Endbenutzer-Lizenzvertrag. Klicken Sie danach auf Weiter. Bestätigen Sie auch die folgenden Schritte durch den Klick auf den Button Weiter. Die Software wird nun installiert. Im letzten Schritt klicken Sie auf Fertigstellen. Gratulation, die Software wurde erfolgreich installiert.